Wie funktionieren ITCs? Wie funktioniert dieser Instant Tool Less Connector also? Zuerst müssen Sie das Kabel so vorbereiten, wie Sie es normalerweise auch tun, nämlich ein kleines Stück vom vorderen Teil des Kabelmantels entfernen. Wie Sie richtig vermuten, muss das Kabelgeflecht zurückgeschlagen werden. Nun müssen Sie nur den richtigen Stecker verwenden und das Kabel einfach hineinschieben. Fertig! Der Verbindungsstecker ist montiert. Nein, da rutscht nichts. ITC geht weit über die Erfüllung von Industriestandards hinaus. Wenn es um die Zugfestigkeit bei Kompressions- und Krimpverbindungen geht. Unser Entlastungssystem für Verdrehspannungen macht das Verkabeln eines Geräterecks zu einem Kinderspiel. Haben Sie schon jemals eine Verbindung verpfuscht? ITC kann Ihnen helfen, Ihren Fehler wieder gut zu machen. Schneiden Sie den Kabelmantel knapp hinter dem Stecker durch. Nur den Mantel, okay? Ziehen Sie den inneren Teil des Kabels aus dem Verbindungsstecker und den Kabelmantel. Drehen und winden Sie den Kabelmantel aus dem Stecker. Kurz auf den Stecker klopfen, um das restliche Material zu entfernen. Bereit für einen weiteren Versuch? Sie sehen hier unseren beweglichen Ring. Der einerseits für Halt und andererseits für eine Entlastung der Verdrehspannung sorgt. Eine weitere Besonderheit ist unser Innenleiter-Verschlusssystem. Diese Innovation sichert den Innenleiter so gut, dass Sie absolut zuversichtlich sein können, dass diese Verbindung hält. Dauerhaft zuverlässig. ITC-Konnektoren sparen Zeit und machen Ihre Kunden glücklich. Sehen Sie die Verbindung? Probieren Sie ITC. Und nicht vergessen, einfach hineinstecken.